Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, es wird heute wieder einmal Murder Mystery gespielt und ich werde dich wegschnetzeln. Zack, 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 zack. Ich bin Murder Mystery Profi. Oh, ich weiß, du bist echt ein Profi. Danke. Bitte. Ich bin unschuldig. Ich bin Mörder. Nice, dann kannst du mich nicht wegschnetzeln. Hey, da ist jemand runtergeblutzt, glaube ich. Oh, oh, warte mal, soll ich die Falle auslösen? Nein. Hör auf, hör auf, ich sehe es genau. Lass es. Ey, ich habe gar nichts gemacht. Könnte ich dich schlagen, würde ich dir einen kleinen Klaps verpassen. Ey, nein. So was macht man nicht. Man geht nicht einfach Fallen auslösen, wo man gar nicht Mörder ist. Nur Ausspaß. Nein, ich bin mir nicht sicher, aber ich will es auch gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Oh, oh. Okay, ich habe ja zwei Gold und mit dem zwei Gold kann ich die Falle auslösen. Nein. Nein, guck mal, du verschwendest so viel Gold für sowas. Ähm. Katja, Moment, wenn da jetzt jemand liegt. Hä? Oh, krass, der hat hier zwei Skins fast schon. Nice. Moment mal, Katja. Da liegt gar keiner. Oh, sicher nicht? Ja, außer du hast hier noch wen weggeschnetzelt, unseren zweifarbigen Freunden. Es gibt zwei davon. Hä? Die sind bunt. Ja. Oh, die leben noch. Ah, sehr gut, da bist du kein Mörder. Hey. Ich glaube, da oben geht irgendwas ab. Ich glaube, der im grünes Mörder, der ist oben. Ja, ja, okay, warte. Ich bin Detective, ich bin Detective. Das ist sehr gut, warte mal, dann gehe ich auch hoch, ja? Ich glaube, er kommt gleich runter, er kommt gleich runter, glaube ich. Oh, ich bin hier komplett falsch gelaufen. Ja, er ist unten auf der Falle und ich habe ihn weggeschnetzelt. Warte, hast du die Falle ausgelöst oder hast du ihn normal weggeschnetzelt? Ich habe ihn beim Bogen weggeschnetzelt. Guck mal, hier liegt der. Da liegt der. Haha, so, perfekt. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Nice. Okay, warte mal. Dann können wir zusammen hier den Mörder finden und ihn richtig gut weggeschnetzeln. Oh, das stimmt. Katja, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Okay, aber es darf keiner hören, ja? Okay, ja. Ich werde... Katja, hörst du mich? Ich höre dich. Okay, also... Ja. Ich bin unschuldig. Oh, hast du nicht gesagt. Du bist ein Quatschmacher. Katja, bist du auch unschuldig? Ja, bin ich. Ich habe sogar schon sieben Gold, also halt dich ran. Jetzt wird gleich weggeschnitzelt. Oh, ich bin runtergefallen. Hallo. Oh, wenn du den Mörder siehst, sag mir bitte ein bisschen Danke. Okay, mache ich. Aber ich sammle zuerst mal Gold ein bisschen auf. Ich habe schon vier Gold insgesamt. Oh, hier ist leider kein Gold drin. Da ist Gold. Mein Gold. Acht Gold habe ich schon. Oh, das ist sehr gut, Katja. Okay. Hier ist auch noch Gold. Okay, da wurde jemand weggeschnitzelt. Ich habe ein Gold. Aber warte mal. Wo wurde jemand weggeschnitzelt? Am Bogen? Äh, weiß nicht. Oh, oh. Hallo? Ich habe schon sieben Gold. Ich habe schon acht Gold. Ich gehe jetzt in die Mülltonne. Die ist hier gar nicht. Die ist auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe gerade einen Bogen gesehen. Oh, oh. Das ist sehr suspekt. Oh, hier ist auch einer. Ich habe einen Bogen, Katja. Ich habe auch einen Bogen. Sehr nice. Okay. Aber wer ist hier der Mörder? Und du musst von der Straße weg, Katja. Du musst von der Straße weg. Ja, ja, bin ich. Oh, sehr gut. Okay, okay. Okay. Wer könnte hier der Mörder sein insgesamt? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Ich habe keine Ahnung. Oh, oh. Moment mal. Ja? Es nur drei Leute. Du bist Mörder. Nee, nee, nee. Ich bin auch kein Mörder. Wirklich nicht. Sicher? Warte mal. Hier, siehst du dich? Hier ist einer und hier oben ist auch einer auf dem Dach. Und du halt. Und ich. Okay, wer ist hier der Mörder? Du. Bist du Detective? Nein, auch nicht. Ich bin kein Mörder. Wenn du Mörder bist, dann hast du mich schon wieder... Warte, warte, warte. Katja, komm mit, komm mit. Wir warten. Wir schauen uns einfach beide an. Da wissen wir, dass wir beide schon mal nicht Mörder sind. Wenn jetzt so einer weggeschnetzelt wird, dann ist es einer von den anderen. Hä? Du bist das, oder? Nein, ich bin es wirklich nicht. Als ob. Ich bin es wirklich nicht, Katja. Ich glaube, Katja, bist du nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es wirklich, wirklich nicht. Ich bin es auch wirklich nicht. Hä? Ich weiß nicht. Du bist Mörder. Du bist Mörder? Nein, du bist Mörder. Hä? Du bist nur noch übrig. Du bist nur noch übrig. Ich reine weg. Nee, weg von Mathieu. Zip, zip. Katja, du bist ein mieser, mieser Mörder. Ich bin kein Mörder. Ich bin auch kein Mörder. Das kann ja gar nicht sein. Du weißt, dass du verlierst, gell? Ich gewinne. Du verlierst. Ich gewinne. Tschüss. Nein, bleib stehen. Ich gewinne. Ich gewinne. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und herzlichen Glückwunsch. Ich habe gewonnen. Doch, Katja. Das kommt davon, wenn man auf uns schuldig tut. Haha. Ich bin Detektiv. Ich bin Detektiv. Oh, wirklich? Wirklich. Ich bin unschuldig. Das ist auch gut. Okay, hier ist noch ein Gold. Halt bitte für mich die Augen auf. Wenn du wen siehst. Zeig dir einen Bogen. Zeig dir einen Bogen. Du bist wirklich Detektiv. Oh, wie cool ist das. Zeig mal dein Schwert. Zeig mal dein Schwert. Hier, hier, hier. Ja. Ciao. Okay. Nice. Okay, dann schätzen wir zusammen jetzt heute weg, okay? Ähm. Katja, okay, warte mal. Ich laufe vor, ja? Augen offen halten, ja? Vielleicht ist er der Mörder. Moment, Moment, Moment. Wo? Er ist, glaube ich, gerade nach unten gelaufen. Ich bin nicht ganz sicher. Er ist nach unten, oder? Ja, ja, ja. Ist hier irgendwo der Mörder? Ähm. Ich glaube... Ähm. Ist hier jemand Mörder? Oh je. Okay. Hier liegt einer aber. Ähm. Also, hier liegen ja anscheinend noch ein paar. Hier wurden ja welche weggeschnestet gerade, oder? Ja, ich glaube schon. Wo bist du? Ich glaube auch. Ja, ich bin hinten. Warte. Hi. Wo bist du? Oh, ich weiß es nicht. Hallo, ich bin jetzt in der Mitte. Oh, warte, ich komme zu dir. So, und so. Ich habe schon sieben Gold. Gleich habe ich auch einen Bogen. Ich bin auch in der Mitte beim Baum. Hallo. Hi. Da ist noch Gold. Und Moment mal. Zack, jetzt habe ich schon acht Gold. Sehr cool. Gleich habe ich auch einen Bogen. Wollen wir hochgehen wieder? Ich glaube, der ist oben. Hm, ja. Und zack, hier ist auch Gold. Ich habe neun Gold. Noch ein Gold, bitte. Als ob schon wieder. Ja, ich habe auch einen Bogen. Okay. Ist er der Mörder? Nein. Gott, habe ich Angst. Hinter dir ist auch einer. Der ist sehr verdächtig. Oh, oh. Moment mal. Ich habe noch kein einziges Schwert gesehen insgesamt. Ich auch nicht. Also, du kannst es nicht sein. Das wäre schon sehr, sehr krass. Ist der Mörder vielleicht hier unten? Hier liegt auch jemand. Schau mal. Okay, warte mal. Wollen wir mal hier runtergehen? Ähm. Liegt oben wer? Äh, nein. Ich glaube nicht. Warte, warte. Vielleicht sehe ich den Mörder. Warte, ich glaube, da hinten ist er. Rot-Blau. Warte, warte, warte. Schnetzelt. Direktiv. Nein. Und wem? Rot-Schwarz hat sowas Gelbes auf dem Kopf. Du kannst den Bogen dir holen, wenn du möchtest. Aber du musst aufpassen, sag ich mal. Okay, warte, ich hole den Bogen. Da steht er, da steht er. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, aber... Ach, da bist du. Oh. Ich habe dich getroffen. Bye, bye. Nein. Oh Gott. Er hat mich nicht gesehen gehabt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da ist es knapp. Jetzt kann ich mir den Bogen holen. Jetzt kann ich mir den Bogen holen. So und so. Oh, oh. Moment mal, wo ist der Bogen? Ist der hier? Keine Ahnung. Da ist der Bogen. Okay, okay. Schnellst du ihn weg? Schnellst du ihn doch weg? Ich habe keinen Pfeil. Ja, ich weiß. Oh nein, jetzt liegt der Bogen da. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich den Bogen bekommen. Es sind noch fünf Leute übrig. Dann schleiche ich mich hier entlang. Dann schleiche ich mich hier weiter. Oh je. Pass ja auf. Vereine dich. Vereine dich. Hier ist der Bogen. Hier ist der Bogen. Schnell, 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 schnell. Wo ist der Bogen? Andere Seite, andere Seite. Schnell, schnell, schnell. Und zack, ich habe den Bogen. Okay. Jetzt brauche ich nur den Mörder. Der ist da hinten. Okay, okay. Moment mal, der geht hier entlang. Da kann ich hier auf ihn warten. Und. Hallo, Mörder. Da ist er, der Mörder. Der Mörder hat da oben jemand weggeschnitzt. Es sind noch vier Leute übrig. Richtig. Recht kommt jetzt runter. Oh, oh. Elfich, du hast noch genug Zeit. Geh einfach nach oben doch. Oh, okay, okay. Moment mal. Hallo, Mörder. Da bist du hier. Und. Oh, oh. Nein, nein, nein. Das ist nicht der Mörder. Das ist der Mörder. Und. Nein, als ob. Oh, jetzt das war es. Das war es. Nein, 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 nein. Oh, krass. Oh, Gott. Ich kann gar nicht hin schauen. Ich habe ihn weggeschmissen. Als ob. Okay, das war krass. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dankeschön. Ich bin Detektiv. Nice. Oh, hallo Detektiv. Ich bin unschuldig. Ich gehe nach unten. Das ist bestimmt der Mörder. Oh, oh. Okay. Ich sage mal, hier oben auf jeden Fall noch ein bisschen Gold. Und wir sind hier auf meiner Lieblingsmap. Das ist ja so cool, tatsächlich. Und zack, und zack. Dann sammle ich hier das ganze Gold auf. Und da ist schon jemand runtergeblumpst gerade. Und noch jemand. Ja. Hier sind richtig viele Runde. Ich war noch nie in diesem Raum. Warum? Es gibt hier ein Schlafzimmer. Wusstest du das? Mhm. Ich nicht. Oh, oh. Oh, ich habe so eine Angst. Okay, warte mal. Ich komme auch hoch, okay? Oh, ja. Okay, warte mal. So, jetzt kann ich wieder über die Falle drüber laufen. Okay. Hallo. Wer ist hier bitte schön der Mörder? Hallo, Katja. Kann ich drüber laufen? Oh, jetzt kannst du gleich drüber laufen. Sehr nett. Und? Los. Geht's. Und zack. So, richtig gut. Ich brauche noch ein bisschen Gold. Und ich habe gleich einen Bogen. Okay, ich behalte hier mal alles im, naja, Überblick. Aber bis jetzt passiert ja noch gar nichts. Oh, das stimmt. Oh, oh. Und zack, und zack. Ich habe so doll viel Gold hier aufgesammelt. Oh, da bist du ja auch. Hallo. Hallo. So, und zack. Sehr nice. Der da. Der da. Wo? 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 Ich glaube, hat der nicht hier jemanden weggeschnetzelt? Doch, hier liegt einer. Doch. Ich glaube schon. Warte, warte. Wer ist hier im Grauen? Wo ist der im Grauen? Ich glaube... Hä? Nein, Moment mal. Da hinten. Nicht der. Nein, nein, der hat keinen weggeschnetzelt gerade. Nein. Es wurden noch zwei weitere weggeschnetzelt. Da, da hinten. Oh nein. Nein, nicht. Warte, was? Wer hat denn hier vorne den weggeschnetzelt gerade? Ja, was im Grauen? Aber ich glaube, es gibt zwei im Grauen, oder? Ja. Da zieht jemand auf dich. Oh, oh. Oh Gott. Der da. Oh, der zieht auf mich. Was ist der das? Ich glaube, er ist der Mörder. Er ist der Mörder. Der ist neben dem Thron. Ich lasse ihn weg. Ich renne, Katja, renne. Tschüss. Hallo? Pass bloß auf. Ich habe so eine Panik. Moment mal, ich gebe alles. Ich gebe alles. Pass bloß auf, Katja. Hä? Er hat den weggeschnetzelt. Oh, oh. Wo ist er? Ah, da hinten ist er. Oh, Katja. Pass auf, dass der nicht sein Schwertchen wirft. Oh Gott. Der wirft es nach hier. Oh, oh. Gott, ich habe so eine Angst, ne? Tschüss, ich gehe runter. Es sind noch zwei Leute übrig. Oh, was ist denn hier los? Oh nein, das schaffe ich bestimmt nicht. Oh, oh. Oh, ich habe so eine Angst. Du bist die Letzte. Du bist die Letzte. Ich kann das alles nochmal umdrehen. Oh, oh. Katja, pass bloß auf. Der wirft sein Schwertchen. Und... Nein. Rennen. Ich schwitze. Ich schwitze richtig doll. Ja, ich rände. Schleif sie weg. Schleif sie weg. Katja, schleif sie weg. Und... Ja. Das hast du so nice gemacht. Richtig cool. Ich bin so stolz auf mich. Sehr nice. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Nice. Ich bin sogar richtig doll unschuldig. Ich glaube dir kein Wort, Katja. Doch. Du bist ein mieser, fieser Mörder. Das glaube ich. Nein. Ich werde mir jetzt ein richtig doll gutes Versteck aussuchen, wo du mich nie, 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 niemals wegschnetzeln wirst. Okay? Aber warum? Katja. Das ist ein Gold. Okay, warte mal. Wenn ich zwei Gold habe, kann ich mir einen kleinen Trank kaufen. Und mit dem Trank kann ich durchs Wasser gehen. Und dann bekomme ich, ohne Damage zu bekommen, zum Schiff. Nice. Okay, so und so. Dann habe ich schon zwei Gold. Und oh nein, ich brauche drei Gold für den Trank. Okay, Moment mal. Ich habe schon vier Gold. Sehr gut, Katja. Aber warte mal, als Mörder brauchst du auch gar kein Gold. Doch, ich brauche Gold. So. Und zack. Okay, ich habe drei Gold. Ab aufs Bötchen, bitte schön. Sehr cool. Oh, nice. Und hopps, und hopps. Dann geht es hier entlang. Hey, der hat die Brücke hochgefahren. Ach, Mann. Und zack. So, ich habe jetzt den Trank. Und ab zum Schiffchen, bitte schön. Sehr cool. Und hopps, und hopps. Oh, das ist ja richtig nice. Du bist jetzt auf einem niceen Schiffchen. Moment mal. Der Trank geht in der 30 Sekunden. Kann ich auch hier hinten hinschwimmen? Das wäre cool. Oh. So, und so. Da geht es hier entlang. Moment mal. Ich habe noch, oh Gott, noch zehn Sekunden. Nein. Ich kann hier nicht. Schaffst du das? Ich glaube, ich kriege gleich Damage. Ich kriege gleich Damage. Echt jetzt? Das war richtig so krass. Das wäre richtig doll lustig. Nein, ich habe es geschafft, Katja. Oh, oh. Hast du, naja, Gold? Ich habe zwei Gold. Oh, nein. Wo bist du, Katja? Wo bist du, bitteschön? Ich bin Geheimagent. Ich habe ein TikTok versteckt, wo ich ein bisschen drüber luschen kann. Und wenn du hier entlangläufst, kann ich dich wegschnetzeln. Oh, oh. Es sind einfach noch zwei Unschuldige übrig. Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr sagen, was ich meiner bin, oder? Oh. Äh. Ja. Ich habe es gewusst. Aber wo sind die... Seid ihr denn? Also... Geheim. Okay, warte mal. Irgendwo hier musst du ja sein. Das ist ein Geschenkchen. Ah jo, hallo. Ich war Detective. Ich wollte dich gerade wegschnetzeln. Als ob. Was ist denn hier los? Als ob. Ich war Detective. Karte. Sorry. Das ist eine unfaire Sache. Ich hatte den Bogen schon... Ich wollte dich jetzt gerade wegschnetzeln. Oh nein. Das ist unfair. Das ist der letzte. Moment mal. Ah, ist der. Oh. Danke. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.